Ja, huhuhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Balderscale 3. Wir müssen jetzt hier verschiedene Aufträge für diese Pilze hier erledigen. Wenn meine Stimme ein bisschen belegt ist, mir geht's echt beschissen gerade, aber... Ja, kann ja nicht viel machen außer rumliegen und mitterspielen. So, mit dem haben wir noch nicht geredet... Machtplass, doch so gut für ihn, bitte. Die Kreature kringes, overwhelmed by the throngs. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying Mykonid corpses. Dwega destroyed my people. I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me. But I have heard the song. No, you mean to cleanse the Dwega rot. I mean to join you. I mean to join you. I will raise it. I will raise it. You may command it. Remain in the Underdark. And I will follow. We cleanse the rot together. We will see if we can take anything with us. So, swift as my feet can carry me. I listen to some clones. Don't mind if I do. It's even a few points. I don't know. It's weird. die 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 Alles auszummen hier. Ich glaube auch für die Waffe, aber wir haben ein paar Holz für die Waffe. Ich glaube auch für die Waffe, aber wir haben Holz von dessen Baum, also von diesem hier anscheinend. Und das unterdrückt Magie. Probe Alarm. So, und wir mollen jetzt hier erstmal an diesen Dingern vorbei. Die explodieren und hinterlassen so einen ganz ekligen Poisonnebel und der kann ganz leicht explodieren. Und jetzt entledigen wir uns den... Von weiter. Sterbt! Hat das hier dem Typen gefällt? Weiß ich nicht. Abgetrennter Arm, abgetrennter Hand, aber... Ich schreckend Senkel. Jetzt müssen wir mal ein bisschen warten, bis sich das verzogen hat. Oder wir können es auch abfackeln. Aber... Aber... Ich weiß gar nicht. Was ist nächstes? Ja, kann das irgendwer von uns hier abfackeln? Okay, dann... Wo ist das jetzt schon? Sie hat jetzt... Wenn man die Blüte bei sich hat, dann ist Magie unterdrückt. So, und hier vorne ist der Zwerg, glaube ich. So, und der ist in so einem Feld von diesen Pilzen. Die explodieren. Und das Problem ist, der Nebel, den die hinterlassen, der explodiert ja bei jedem Scheiß. Und hier hinten... Ist leer drin und ist halt nicht raus, ohne dass die explodieren. Und hier ist eine Fackel. Das heißt, das wird alles explodieren, wenn sich irgendjemand bewegt. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir hier dran kommen. Weil er, glaube ich, da... Ja, genau hier... Das Amulett anhat, mit dem wir... Stop, stop! People paying! These mushrooms... Toxic! Scroll! Escape! My bag, please! I've dropped it! Somewhere! It wouldn't work. Thank you! Thank you! So, jetzt kommen wir mal hin. Over hier hin. So, die Blüte. Hier ist der Blüte. Ohne die Pilze auszulösen. Stapel teilen. Weil der braucht ja nur eine Rolle. So, und dann... Äh... Können wir ihm das Ding überschmeißen. Hier. Sehr schön. Ah! Oh! Oh, I'm all right. It's another! Oh, God. I can finally breathe. Ah! Right. As, uh... What were you saying? Oh, God. So, was machen wir hier, Jo? Äh, I was looking for... ...Dareth. She's... She'll be worried sick. I must... Need to go. For you. Your trouble. Ta. Hm, Schriftbank. Okay. So, man hört meinen singenden Sohn jetzt nicht so laut hier. Ich zeig euch mal, was passiert wäre, was hier... So, da geht's nämlich jetzt schon los dahinter. Feuerwerk. What the damn. Wir gehen jetzt mal schauen, ob hier noch irgendwie was... ...wenn wir's noch abgasen können. That might be worth a look. Genau, mir ist noch zu euch. Ich weiß, ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat, aber... ...joh. So, hier hinten sind noch... ...Lolzkerzen. ...might be useful. Genau, heute bin ich vorne. May the darkness protect you. Ach. Wie mir was vom Wegschattenherz. Ich muss hier die Bilder hier einsammeln. Den Becher. Irgendwas war hier. So. Wow. Dann gehen wir mal zurück. Und dann gehen wir mal wieder hoch zu diesem Baum mit den Glüten. Weil von denen brauchen wir nämlich auch welche. Ich hoffe, man hört die Hintergrundgeräusche nicht zu machen. So muss es... ...navigitär in der Team. Das spielt im Alltag nicht. So, ich denke mal, die sind uns nicht sonderlich freundlich gesinnt. Ich denke, das ist gut. So. Das ist gut. Das ist gut. Ich denke, ich denke, ich bin wieder hoch. Ich bin wieder hoch. So, weiter komm ich aber nicht. Ich glaube, die springen, diese Viecher. Die machen dann irgendwie Schaden. Ich bin jetzt schon an den Ragen. Außerhalb der normalen Reichweite. Spurten. Ich muss da drüben runter. Ich könnte jetzt nochmal spurten. Oder ich schieße einfach zweimal. 75 Lebenspunkte ist auch schon ordentlich. So, jetzt können wir mal unseren neuen Hammer ausprobieren hier. Aber wir kriegen hier durch wahrscheinlich einen Wind. Das ist nicht so cool. So, wir haben ihn nicht ausgerüstet. Den haben wir verdammte Scheiße. Naja, das war dumm. Naja, naja, naja. Komm, dann fängt sich das aus. Das machen wir mit Carla. So, gut. Okay, jetzt ist der Glut sogar drin dran. Was kann der denn machen? Mehrfachangriff. Lebende Spuren. Bringt alles irgendwie nix, ne? Soll ich mal hier nicht so spüren. So. Guck mal, jetzt probiere ich hier mal vier Schlag. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. All right, das ist noch nicht so gut. Auf der Weg. Ich nehme das. Bist. 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 Irgendwie ungünstig. Schließen. Nicht. Einmal Teil. Oh. Oh, keep them guessing. I can't even catch my breath. No. Not the ready. Bye forever, pal. Oh, I'm going to go back. I didn't get it. Hmm. And this thing is now... He has two light beams. I'm going to get it. Keine Spiracos mehr frei. Jetzt wird es schon vier. So, wir machen hier mal so. Das ist so. Sometimes the only way out is through. Mit Haste. So, was das? Jetzt müssen wir weiter. Es wird langer Zeit. Ich werde wieder zurückziehen. Hm... Ich habe wieder auf den Weg. Ich mache wieder zurück. Ich werde wieder zurück. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das ist nicht hier. Verstehen wir die Sorge. Was machen wir mit dir? Jumping geht nicht mehr. Ich habe mehr Blut. Tschö, was machen wir mit dir? Kinschla! Mein Gott! Nee. Ähm, schützendes Flackern. Angreifer im Nachteil sein. So, viel Spaß. Muss der jetzt aus dem Ding raus? Ich glaube schon. Schon mal zwei Leuchtkugeln? Ja. Ich spiel etwas Blut. So. Nichts will stand in my way. Fressen. So. 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 Wie funktioniert dieser Hammer nicht? Warum muss ich das machen? Wenn der Träger springt, dann wirkt er beim Norden Schallschaden. Ah, ich muss das aktivieren. So, was muss man den? Spiegelbeere. Dank, Linker. Ich gehe weg mit dem. Zweig, schon mal weg. Und jetzt... Spiegelbeere. Dank, Linker. Und jetzt... Schall drücken. Still breathing, despite everything. What? Let's end this. On my way. Die어�ie-Wirkung. Das ist sehr cool. So, was ist das echt? So, was das... Nimetern... Spiegelbeere. Und dann, wir versuchen den Radar zu nehmen. Los, fledglieb zu kommen. Nach der Radar. Wir machen die Radar. Wir brauchen zu gehen. Wir brauchen die Radar. Wir machen die Radar. Wir brauchen den Radar. Wir brauchen die Radar. Find a route. A bleibt to die Skamperre. Blöse am Ende hat sich das Eichhörchen gespannet. Sooo... ... 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 Und jetzt geht's es ist eine gute Knacken, so ein Gehen 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 Was ist das? Was ist das? Da kommt da noch was. Anscheinlich. So, jetzt muss es den Platz machen. Hier. Okay, und der Ring ist davon nicht beeinflusst, okay. Ich habe das auch noch mal. Mehr bei mir dran. Mehr bei mir. Wird schlagen. Ja. Ich habe das. Über da. Und? Das war das. Ich bin nicht bewegungsreich, weil ich bin nicht bewegungsreich. Ich bin nicht bewegungsreich, aber ich bin nicht bewegungsreich. Ich bin nicht bewegungsreich, aber ich bin nicht bewegungsreich. Ich bin nicht bewegungsreich, aber ich bin nicht bewegungsreich. Ich bin nicht bewegungsreich. Let's have a look. Don't waste the step. I've never seen a tree like that. So, what did he have here in his flattered writing? I'm going to go to the next slide. I'm going to go to the next slide. Let's go. Okay. 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 So, we're going to go up here. I'm going to go up here. Is there anything to be betrayed? I can't believe. I'm going to try something to be betrayed. So, let's do a little rest. I'm going to go up here. I don't know what the next move is. I'm going to go up here. I'm going to go up here. But, well. We'll do a little cut here. See you next time. Good. , I'm going to go up here. So,